Jo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops, der Serie, in der ich euch jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. Wenn ihr auch in Zukunft keine Fortnite-Skins mehr verpassen wollt, dann lasst jetzt unbedingt noch ein Abo da, einfach unten kostenlos auf Abonnieren klicken. Im heutigen Shop hat sich zwar nur die rechte Seite geupdatet, dafür gibt es allerdings direkt zwei neue E-Mails im Shop, nämlich einmal den Fuß Finesse und dann den So Fertig. Ähm, werde ich euch natürlich gleich zeigen, fangen wir aber wie immer auf der linken Seite an und zwar haben wir da weiterhin diese Hippie-Skins drin, das ist einmal der Alles-Cool-Mann mit seinem Gitarrenkoffer auf dem Rücken für 1500 V-Bucks und dann haben wir noch den weiblichen Skin, nämlich die Traumblume, ebenfalls für 1500 V-Bucks und sie hat so eine Tasche mit zwei kleinen Rasseln dran. Genau, beide kosten wie gesagt 1500 V-Bucks und dann haben wir noch die passende Hacke und den passenden Gleiter drin, das ist einmal hier dieser Gleiter für 800 V-Bucks, dieser, ich nenne es mal Blumen-Animation hier auf der Seite und auf der Rückseite so zwei Schals, wie wir sie auch vom Wacke-Augengleiter kennen. Und dann haben wir noch die Hacke, nämlich den Trommelschläger für 500 V-Bucks, ich spiele mal kurz den Sound ab. Genau, die Skins habe ich mir geholt, die Hacke und den Gleiter bisher noch nicht, werde ich glaube ich auch nicht, also den Gleiter, weiß nicht, ist dann wieder ein Standard-Gleiter. Die Hacke finde ich an sich ganz gut, aber ich glaube es ist auch so eine Hacke, die ich persönlich nicht so häufig spielen werde, deswegen habe ich mir bisher auch nur die beiden Skins geholt, ich habe sie auch schon ein bisschen angespielt und da haben sie mir eigentlich ziemlich gut gefallen, also kann ich sie auf jeden Fall empfehlen. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zur rechten Seite des heutigen Shops, wenn euch die Deadly Shops-Serie gefällt, dann könnt ihr natürlich gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen, würde mich sehr, sehr freuen. Und im ersten Spot der rechten Seite haben wir dann die Todestahl-Hacke für 1500 V-Bucks, ein ordentlicher Preis, also viele der lilanen Hacken kosten ja inzwischen nur noch 1200 V-Bucks, finde ich ein bisschen besser, denn diese Hacke ist halt wirklich extrem teuer, 15 Euro. Ich habe sie mir damals gekauft, damals gab es halt noch nicht so viele Hacken, die sind schon ziemlich alt, sie hatte auch mal einen anderen Sound, ich spüre mir hier den neuen Sound ab. Früher war das mal so ein richtig cooler Rahmensound, inzwischen ist es so ein, ja, krächzen, ich fand den alten Sound um einiges besser und hatte sie mir auch vor einigen deswegen geholt, finde ich also ein bisschen schade, dass wir das geupdatet haben und ja, die Hacke jetzt inzwischen nicht mehr ganz so cool ist, also vom Aussehen immer noch definitiv nicht schlecht, halt so ein, ja, Stierkopf würde ich sagen. Auf einem Knochen drauf, schaut schon ganz cool aus, aber ich glaube 15 Euro würde ich dafür aktuell eher nicht ausgeben. Und dann haben wir als nächstes die Überlebenskünstlerin für 1200 V-Bucks, ein ziemlich cooler Skin, ich glaube viele feiern ja dieses Totenkopf-Thema hier, ja, also ein cooler Skin auf jeden Fall. Und im letzten Sort der ersten Reihe haben wir dann den stabilen Flug für 500 V-Bucks, habe ich mir gekauft, aber bereue ich ein bisschen, ich glaube ich habe ihn ein oder zweimal gespielt, also ja, ich glaube den würde ich eher nicht empfehlen. In der zweiten Reihe haben wir dann als nächstes den Chrom-Skin für 1200 V-Bucks, wieder mal die beiden Hart-wie-Stahl-Skins, also heute ist sehr weiblich drin, wahrscheinlich kommt morgen also der Mensch von den beiden. Ich finde nach wie vor die Idee von diesen Roboter-Skins ziemlich, ziemlich geil, nur das Outfit gefällt mir persönlich irgendwie gar nicht, weiß nicht, dieses Rot-Grün ist für mich irgendwie ein bisschen doof gewählt. Ich glaube, das hätte wesentlich cooler ausschauen können mit einer anderen Farbe, zum Beispiel in einem Grau oder sowas, um das so ein bisschen robotermäßiger wirken zu lassen. Ich glaube, dann hätten sich extrem viele Leute diesen Skin gekauft. So, mit diesen ganzen Sachen finde ich den Skin eher nur mittelmäßig. Und damit kommen wir jetzt zum Highlight des heutigen Tages, und zwar den beiden neuen Emotes, das ist einmal die Fußfinesse für 500 V-Bucks. Und dann noch der neue Emote so fertig für 200 V-Bucks. Genau, man schüttelt sich einfach mal kurz die Hände, ich spiel's hier nochmal kurz ab. Finde ich eigentlich beide ganz fresh, und ich habe mir auch noch überlegt, dass ich passend dazu, dass heute wieder neue Emotes rausgekommen sind, diese auch wieder verlosen werde. Also habt ihr jetzt einmal die Chance, 1000 V-Bucks zu gewinnen, dass ihr euch direkt hier die neuen Emotes holen könnt. Also alles, was ihr dafür tun müsst, um die 1000 V-Bucks zu gewinnen, ist ein Abo dazulassen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, und ein Hashtag neue Emotes unten in die Kommentare zu schreiben. Und wie immer schreibt ihr auch am besten euren Instagram- oder Twitter-Namen dazu, dass ihr euch auch kontaktieren könnt, wenn ihr gewonnen habt. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Glück und drücke euch die Daumen. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Daily Shop. Ihr könnt auch gerne mal in den Kommentaren dazuschreiben, welchen der beiden Emotes ihr besser findet, also den Fuß-Finessen-Emote oder den so-fertigen Emote. Ich habe auch überlegt, vielleicht werde ich euch mal alle meine Emotes irgendwann zeigen. Also, ich arbeite ja eh gerade an einem Spinn-Video, was dir eigentlich mal die Tage jetzt endlich kommen wird. Darauf haben ja schon einige Leute gewartet. Und ja, dann kann ich vielleicht auch mal alle Emotes nochmal komplett einzeln zeigen für die Leute, die sich da interessieren. Denn aktuell habe ich jeden einzelnen Emote, den es in Fortnite gibt. Habe von Anfang an die Emotes gesammelt und habe wirklich jeden einzelnen bekommen. Deswegen kann ich dazu vielleicht mal ein Video machen. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt natürlich wieder jetzt rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Also Top oder Flop. Und ich möchte natürlich noch schnell das Giveaway von gestern auflösen. Da hatte ich ja einmal 2000 B-Backs verlost. Und der Gewinner vom gestrigen Video ist der liebe Paul. Herzlichen Glückwunsch an dich. Ich werde dir jetzt gleich deinen Kurs schicken und wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem Gewinnen. Und ja, dann würde ich sagen, habt alle noch einen schönen Tag. Wir hören uns spätestens mal wieder zum nächsten Daily Shop. Bis dann, macht's gut. Tschüss.